Ja, wir sehen jetzt keinen weiteren Redebeitrag. Dann würden wir jetzt die Rednerinnenliste schließen und uns langsam Richtung Abstimmungsverfahren bewegen. Dafür würden wir gerne die Änderungsantragskommission aufrufen. Nina, würdest du das? Achso, okay, Alexander. Okay, gut, bitteschön. Ja, ihr Lieben, ich mache es kurz. Es gab drei Änderungsanträge. Der erste E34 von der Grünen Jugend ist vollständig übernommen worden. Der zweite von der Grünen Jugend, E37, ist modifiziert übernommen worden, genauso wie der E77 von Tempelhof-Schöneberg. Wir haben also eine Endabstimmung. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, die Resolution R019 zuzustimmen, den bitte ich um ein Handzeichen. In der geänderten Fassung. Gut, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Wow. Dann vielen Dank. Dann ist diese Resolution einstimmig angenommen. Ja, vielen Dank.